Es wird natürlich einen Vlog dazu geben, die können es auch anders sein. Yo meine Kartoffelfreunde und willkommen zu einer weiteren Battle Staffel. Wir sind hier in der Basis von Maxx. Irgendwas, hast du das gehört? Ja, das war ein Skelett unter uns. So, komm mit hoch. So, du einfach im Wasser bleiben, nicht sneaken, einfach hoch, Maxx ist raus gerade. Kannst du das, schaffst du das, alles gut? Nein! Alex! Ich weiß nicht wie. Du musst einfach im Wasser bleiben und Leerttasse gedrückt lassen. Ja, aber jetzt fahre ich rückwärts. Was? Ich fahre rückwärts. Alex! Alex! Ja. Sobald ich sneaken drücke, fährt er rückwärts. Nicht sneaken, nicht sneaken! Einfach hochschwimmen! Ja, sagt es doch. Auch nichts Pfeiltaschen mäßig drücken, ne? Ja, nein. Nur wenn du zu wenig Luft hast, musst du so halb aus dem Wasser rausgehen und schnell Luft holen. Jo. Okay, was geht bei dem? Egal. Hauptsache du kommst hier jetzt hoch. Wo bist du? Da unten bist du. Okay. Ich bin oben. Das gibt's doch nicht. Ich schaff das gerade nicht, Alter. Ich bin zu blöd, ohne Witz. Komm und mechsle. Entschuldigung, ich fixe und mechsle. So, jetzt. Ja, ja, das schaffst du. Gleich kannst du da hoch links. Das gibt's nicht. Alex, man. Ein bisschen Movements kannst du doch wohl. Ja, aber der verpisst sich immer da rüber. Ja, komm her. Komm hier hoch. So, jetzt. Komm, komm. Ja, ja, ja. Und da, jetzt ab so. Ab da kommt jetzt gleich von oben noch. In der Gegenseite. Ja, nein, du musst gegendrücken. Wo gegen? Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, das Wasser kommt von der Seite. Deswegen wirst du nach hinten geschubst. Komm doch einfach her jetzt. Wir bauen uns hoch jetzt. Ja, wie kann man so unfähig sein wie du? Komm, bau dich hoch. Weiß ich nicht. Ich hab, warte. Deine, irgendwas. Warte, komm hier auch noch einen hier. Komm hoch. Hier auch noch einen. Okay. Hier auch noch einen. Okay. Und hier einfach nur geradeaus schwimmen und Leertasse gedrückt lassen. Einfach nur geradeaus schwimmen. Also W drücken und geradeaus. Ja, und Leertasse. W und Leertasse. Ja. Und dann auch in die Richtung gucken. Ja. Okay, ich hab's geschafft. So, da gehst du jetzt durchs Wasser und kommst hier raus. Okay, ich bin da. Die haben Monster vor der Haustür. Da oben ist noch eine Höhle. Hast du gerade gefallen? Ja, obwohl das gar nicht hoch war, aber egal. Meine Hand ist wieder am Zittern, Digga. Komm, 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 komm. Ich kann jetzt nicht rennen. Das geht schlecht, ne? So. Einfach hier hochkommen. Hier ist keiner. Komplett leer. Wir haben Lava-Eimer hier drin. Nehmen wir einen raus. Nehmt. Loot alles, was geht, Bruder. Komm mit auf die Zwischen. Komm mit auf die Zwischen. Komm mit auf die Zwischen. Nein, komm einfach hoch die Treffel. Komm mit auf diese Zwischen. Der war vor mir, Digga. Hier, nein, nein, hier. Hier bleiben wir jetzt. Bis die kommen, oder was? Ja. Sollen wir jetzt hier so 20 Minuten bleiben, oder was? Ich gucke mal ein bisschen durch die Wand, ob ich irgendwelchen Namen sehe. Sneaken. Hab ich da gerade was gesehen? Warleg. Ich sehe schon so Timelapse jetzt und so funny Musik, weißt du? Diese Jeopardine, oder so. Oder sowas. Das ist so Verfolgungsjagd. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie einfach nur unten hingegangen sind in die Hölle. Nochmal. Das könnte mir gut vorstellen, weil die haben doch bestimmt unten in ihr Portal, weißt du? Kann gut sein, ja. Keine Ahnung, man. Wir machen es echt wie TomSid. Der hat da, glaube ich, mehrere Folgen sogar gewartet. Ja, ich glaube, drei Folgen waren sie in der Börse. Es müssen auch spannende Folgen gewesen sein, auf jeden Fall. So, komm, erzähl mal mal einen Schwank aus unserer Jugend. Was machen drei Polen auf dem Eis? Das ist kein Schwank aus deiner Jugend, Bruder. Ich würde mir gerne was zu trinken holen, aber da müsste ich irgendwas auf die Schipptaste legen. Ja, die hatten in irgendeiner Battle Staffel hatten die mal eine Sneak-Mod. Sollten wir mal wieder einführen, ha? Ob man nicht sneaken kann oder dauerhaft sneak? Dauerhaft. Also da gibst du einfach im Chat ein slash sneaken oder so und dann sneakt der andauernd deinen Charakter. Also, okay, die Taktik wird so sein. Wenn einer hochkommt, ballern wir den Tod. Wenn der andere wegläuft, baller ich die Bazooka auf ihn und wir versuchen ihn mit den Distanzkarabinern, hier mit den K98, versuchen wir ihn wegzuballern. Was K98? Das habe ich nicht. Doch, die haben wir uns am Anfang zusammen gemacht. Die, genau. Das ist die M1. Ja, scheißegal. Hauptsache du tötest irgendwas. Okay, ich versuch's wohl. Ich denke immer, die Basis- und Home-Shilder sind, äh, Waypoints sind hier Gegner. Lass mal ganz kurz Player-Modler anmachen. Nein. Auf keinen Fall. Ja, ach ja. Heute, wo wir die Folge aufnehmen, geht's für mich morgen nach Berlin. Ihr seht da die anderen Folgen. Da hab ich nicht drüber geredet. Keine Ahnung warum. Es wird natürlich einen Vlog dazu geben. Wie könnte's auch anders sein. Der wird wahrscheinlich schon on sein, wenn diese Folge hier kommt. Hast du eigentlich eine Folge bei mir hochgeladen und geschnitten? Nee, ne? Wie? Bei dir? Nee, weil du hast ja bei mir auf dem Mac kurz was geschnitten gehabt. Ach so, ja, da hab ich ja nur angefangen zu schneiden. Ach so, hättest du ja eigentlich auch zu Ende machen können. Nee, ich hatte die Home-Reise noch nicht. Alter, ich muss kurz meinen Zeigefinger drauflegen, ey. Ohne Witz. Ich auch. Man denkt jetzt, man sieht überall immer Schilder, Alter. Äh, also Namensschilder. Das war alles. Paranoid! Machst du das? Paranoid! Ich könnte vielleicht mal den Minecraft-Sound lauter machen, aber es geht jetzt schlecht. Weil dann sneak ich nicht mehr. Nee, nee, du lässt rum. Ja, Freunde, es kann nicht sein, dass wir hier jetzt einfach mal so sechs Folgen stehen oder so. Vielleicht sterben sie zwischendurch. Aber warte mal. Boah, das wäre richtig hart. Warte mal, warte mal, warte mal. Hm? Ich glaube, die holen nur Zeug von ihnen. Von wem? Die kommen gleich wieder. Die Betten sind nicht hier. Vielleicht ist das auch eine Fake-Basis. Hast du nachgeladen? Ja, habe ich jetzt ein Magazin verschickt? Ich habe keine Ahnung. Nee, ne? Er tauscht die nur aus. Er tauscht die nur aus. Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich habe auch so gesehen. Boah. Mach doch sowas nicht mit mir, Alter. Ja, du kannst doch nicht mal Wasserfall hochschwimmen, Alter. Wir machen nach dieser Böttel-Staffel machen wir beide erstmal die Minecraft-Mechanics. Ja, sonst klappt es immer, aber heute irgendwie nicht so. Vielleicht war es auch, weil meine Hände so gezittert haben. Alter. Die holen auf jeden Fall Stuff aus der Höhle. Das wette ich mit dir. Kann schon sein, ja. Und dabei haben sie bestimmt nicht 300.000 Mal runterfallen sehen. Oder hören. Deine Zauberflöte sind bereit für den Einsatz. Oh, ich würde so gerne gleich auf Clans spielen jetzt. Mach so. Okay, sobald er hochkommt, wird draufgebahnen, Alter. Also nicht zielen, einfach draufhalten. Du musst ja bedenken, Streuung, ne? Die geht übel nach oben. Ich weiß, aber deswegen bursten wir auch nur. Und deswegen habe ich auch noch den Lava-Eimer hier und die Basuka. Alter. Warte mal, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ah! Hm? Zehn Minuten. Sind wir jetzt, ja, wir sind jetzt fünf hier oder so. Ja, weil du nicht hochgekommen bist. Ja, dann hat man wenigstens was von der Folge gehabt. Stell dir vor, jetzt kommen gleich Domse und wegs und fix. So lachen, Alter. Jetzt gleich so hinter uns geht die Wand auf. Surprise, motherfucker. Ja, so eine Geheimtür, ne? Nicht nur eine Geheimtür. Nee, ist er Domse buddelt sich hier durch. Achso. Oh, what? Und wir bei der Ratatatatatat! Ratatatatatatatau! Ratatatatatatatang! Okay, wir hören auf damit. Vielleicht? Ach nee, der war meint. Ich habe nichts gesagt. Ich hätte gerade gedacht, dass hier vielleicht irgendwie eine versteckte Box um sein kann, aber die Wände sind ja nur ein Dick, das heißt da kann man nicht wirklich alles verstecken. Oh man, 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 Alex. Na gut, hier an den Eckpunkten schon. Also hier. Bei dem da, bei dem da, bei dem da, bei dem neben dir. Alex, ich hab so Angst. Übel, Alter. Egal, aber komm. Hey, diesmal sind wir klar im Vorteil, Alter. Wenn die hier reinkommen, die sind sowas von normal. Das ist das erste Mal, dass wir in so einer Position sind. Oh mein Gott! Aber das gute ist, wir verlieren auch kein Essen, weil wir nur unser Leben schenken. Übel. Nice, Digga. Was, was mich am meisten aufregt bei Minecraft? Die Mausbeschleunigung. Herzstellstand. Ich will jetzt nicht schreiben. Ich weiß nicht, kann man schreiben? Der baitet das nur. Nein, lass es. Dann stehst du auf, weil du Shift nicht mehr drückst. Aber wenn ich Shift drück? Nein, nein, hör auf. Lass es, lass es. Ja, ich lass es ja auch. Der Typ will nur baiten. Wetten, der will nur, dass wir antworten und aufhören zu sneaken? Vielleicht sehen sie uns, ja. Jetzt gleich kommen sie raus. Wo ist die Kamera? Hidden Camera? Sag mal kurz ruhig. Im Notfall zum Escapen haben wir immer noch die Enderperlen. Mhm. Drei Stück. Ich hab nur eine. Ja, insgesamt drei. Mhm. Warte. Irgendwas ist durchs Wasser geschwommen. Echt? Auf der Seite ist irgendwas. Wieso? Einmal war ein Skelett und danach ist irgendwas geschwommen. Ich seh nichts. Jaja, die können ja auch sneaken. Ja. Ich glaub, ich weiß nicht, ob die Waffen durch die Wand backen. Das kann passieren. Deswegen nicht so hingucken. Ich dreh mich ja auch nicht zu weit. Einfach nur so eine Waffe durch die Wand backen lassen. Ey, ich kann um die Ecke gucken, stimmt ja. Ich kann ja mit CC nur durch die Wand gucken. Ich kann gucken, ob die da draußen irgendwo gammeln oder so. Ist das nicht Bug-Using? Das ist einfach nur der Spiegel, den ich benutze. Also es ist auf jeden Fall die Hülle und die haben das Wasser auf jeden Fall manuell dahin gemacht, damit die da schneller hoch und runter kommen, weißt du? Okay. Okay. Ne, ich hab nichts gesehen. Guck mal weiter hin, okay? Alter. Jetzt schreiben eh wieder voll viele. Ihr klart voll die Sachen von Domsen. Ihr macht voll Domsen mal. Und wieder Dislikes für die Folge. Weil wir Biten beim King, Alter. Okay, es wird Tag. Hier sind die King Bites. Ich guck in die Richtung hinter uns, okay? Du guckst vor uns und auf die Leiter, okay? Okay. Die Fackeln, ich hab grad gedacht, da ist ein Name. Paranoia! Also ich müsste sie auch sehen, wenn sie aus dem Berg kommen. Ja, ich sehe sie sowieso, wenn sie da rauslaufen. Außer die View Distance ist scheiße. Ne, ne, wir haben ja relativ weit geguckt eben. Also das war Stromwald, wie ich die gesehen habe. Du bist hier wahrscheinlich wegen der PC relativ low eingestellt, ne? Gut eigentlich. Ich hab zum Beispiel meine View Distance auf Maximum. Eigentlich hab ich gar keine Ahnung, wo sie steht. Das weiß ich mal. Nein, das hat auch nichts mit dir zu tun. Sondern der Server. Also du kannst ja von dir ausstellen. Ja, ja auch. Aber wenn ich meine ja auch gering hab, ja. Könnte keiner sein. Weil das hat ja auch mit Leistung zu tun. Weil der muss ja dann das ganze Zeug aufbauen und alles. Eben. Kann schon sein, dass ich die ein bisschen runtergeschüttet hab. Keine Ahnung. Die sollen jetzt endlich mal kommen, Alter. Einerseits hab ich jetzt auch keinen Bock, den Leuten einfach hier so fünf Folgen zu präsentieren, wo wir nur hier stehen. Aber andererseits will ich auch nicht weggehen, weil das wäre eine vergebene Chance. Ja, Mann. Drück mal links Klick, bitte. Ja. Achso, man sieht nicht, dass du ranzoomst, okay. Na? Na? Die müssen doch irgendwie ihre Betten oder so holen. Wo sind die? Vielleicht ganz oben. Nein, da war ich doch eben schon. Achso, da war ich schon. Ich hab doch da aus der Kiste einen Lava-Eimer geholt, ja. Achso, okay. Achstimmt, hier. Das bescheuert ist, wenn du die Pistol in der Hand hast und dann Shift drückst, kannst du nicht mehr von der Pistol weggehen, ne? Das heißt, du hast die ganze Zeit die Pistol ausgewählt im Inventar. Total bescheuert. Okay. Deswegen hab ich die jetzt aus dem Inventar gepackt und da mal den Eimer hin. Boah, hast du mich grad erschockt, Mann! Warum? Weil du auf einmal richtig laut gepustet hast. Ach, scheiße, ich muss TeamSpeak nachher wieder so laut machen, weil ich TeamSpeak auf 30% noch noch hab. Fuck, hab ich vergessen. Tja. Du bist halt mit dem Licht. Ich hab das Loch von denen im Blick, ne? Warte, sieht man dich eigentlich, wenn man von der Tür kommt, äh, wenn man da hinten rausgeht? Weiß ich nicht. Und geh mal auf die andere Seite, da wo die Leiter ist. Oder komm weiter zu mir in die Ecke. Scheiße, da kann man dich sehen. Komm, komm mit in meine Ecke. Wo sieht man mich? Ja, man sieht deine Waffe von unten. Die guckt ziemlich weit über den Kasten. Die ist ja nochmal einen Block länger als du. Komm her. Einfach, ja genau, einfach so. So, wieder schön den Zeigefinger auf Shift legen. Alter, die werden so gefickt. Nachher sterben, nachher sterben wir so weich, machen so voll die Anzeige. Ja, wir machen die kaputt. Ja. Und dann kommen sie behamtot. Die haben hier alles so mit TNT verbaut. Das sollte man sehen zum Glück. Ja, die kommen so hoch. Dann so, scheiße, da sind sie. Wir ballern so oft die drauf, die gehen runter, zünden das TNT, wir sind ab. Und auf einmal hebt die Burg ab und wir fliegen hin zum Mars, ey. Wir spielen dann auf dem Mond. Wir snipen sie dann weg, Mann. Aber da ist, das ist, da ist Cubblestone. Ich glaube, das meinten die. Wir können jetzt auch nicht schreiben, so Folgenende, weißt du, wenn es soweit wäre. Okay. Folgenende. Also, Freunde. Warten wir, bis die anderen beiden raus sind. Okay, gut. Also, bis zum nächsten Mal. Nein, die sind noch nicht runter. Ja, aber wir können schon Abmod machen. Ja, also, Freunde, das war's für die Folge. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Folgen hier stehen. Wenn's euch gefallen hat, zeigt's mit einer Bewertung, auch wenn's nicht spannend ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Oh, ja. Pfui. Pfui. Pfui.